Wladimir, Wladimirovich, Putin. Spitzenpolitiker, Staatsoberhäupter. Sie alle standen schon vor Wladimir Putin. Bei jedem Treffen wusste ich, dass ich es mit einem schwierigen und gefährlichen Mann zu tun hatte. Wir haben unsere Sicherheit. Aber in целem ist es für Menschen sehr schlecht. Ist die Diplomatie am Ende? Die Lüge ist Teil von Wladimir Putins Diplomatie. Und in der Ukraine sind unsere westlichen Partnerin weg. Aus ihm spricht eine sehr große Frustration. Wir hätten ihm die Stirn bieten sollen. Wir sind selber schuld, dass wir so viel Einschüchterung zuließen. Wird Putin bis zum Äußersten gehen, um seine Macht zu erhalten? Genau das passiert heute. Wer ist Wladimir Putin? Eine dreiteilige Dokumentation. Jetzt auf arte.tv ... Wladimir from the N kesker Whoa! just